Alter, für eine Leica. Was hast du da wieder hingelegt? Sag mal. Was soll das denn? Die letzte Bastion. Das ist auf jeden Fall ihr Endgegner. Speedhacks. Ich glaube auch. Wir sind schon in den Top 3. Es ist nur noch nicht verifiziert. Ich bin Zweiter. Und wenn ich hier jetzt den Individual-Level-Weltrekord schlage, was in diesem Moment passiert ist, haben wir alle Einzellevel-Weltrekorde. Ui!